Nur mich interessiert gerade, wie kriegst du denn ein Internet da, wo du bist? Äh, ich kenn nicht... Ich... Ich kenn den nicht gut genommen, dich so... Hier, weißt du was? Ich geb dir jetzt mal... Ja, ich hab dir jetzt mal einmal Bären gegeben. Magst du uns jetzt? Linus. Naja. Kann ich dir noch ein Geschenk geben? Ah, okay. Gib dir mal irgendwas später. Ich weiß nicht, was das so übertrieben mag. So, und dann geht's jetzt wieder in die Holle. In die Holle. In die Holle. Oh, sofort geht's runter. Immer munter geht es runter, hoch und runter, da la la. Hier sind zu viele Steine. Das ist wunderschön. Ja, ja. Jetzt geht's auf einmal richtig schnell runter. Warum? Haben wir heute Glück? Ja, sieht irgendwie nach Glück aus. Voll viele Bären, voll viele Dingens. Linus, äh, Linus, äh, Linus, das Linus-System, mach uns. Alter, wie viele, wie viele Dinger sind hier? Alter, geht da nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So. Ach, fick doch die Wand an. Nein, im Ernst. Komm her. Nein, es kommen richtig viele von den Fickviechern. Fick. Deine. Ne. Mut. Da. Du. Hu. En. Sohn. Alter, wie viele von den Fickern kommen die jetzt denn an? Eigentlich, ey. Ich bin jetzt sauer. Alter, kommt immer mehr. Alter, kommt immer. Alter. Alter. Ey, wer followt denn jetzt? Jetzt ausgerechnet. Wer followt denn? Wer followt? Wer followt? Scheipai. Willkommen zum Stream. Vielen Dank für die, äh, vielen Dank fürs Follow und genieß deine Ludin. Viel Spaß noch beim Stream. Alter. Geh weg. 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 Oh, Alter. Hure. Ich wollte nur meinen Topaz haben, Alter. Jetzt muss ich hier die Fearsnacks fressen. Na ja, so viel geben wir es nicht, aber für das, was wir, für das wenig aus wenige gekraftet werden, Christoph kraftet werden, ist das okay. Jo. Jo. So, dann wollen wir mal gucken hier. Du, 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 Scheipai. Wie geht's denn so? Da. So, zwei Stockwerke. Dann haben wir es geschafft. Da hinten ist ein, äh, Dingspumps. Earth-Kristall. Du, 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 du. Alter, wie viel Ding ist es hier denn? Meine Fräse. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Darf ich mal... Den Aus... Oh, wo ist der Ausgang? Was soll das? Ausgang, Ausgang, Wöch der, Aus... Da ist der Ausgang. Soll ich mir merken, dass bei den Karren das irgendwie am Ende immer ist? Und da, und da. So, hier darf ich den Ausgang noch nicht nehmen, weil da hinten ein Preis ist, soweit ich weiß. So wie ich diese Dungeon-Art gerade kenne. So. Tschüss. Ein fetter Stein. So, der Kevin, Marcel, Marcel, Kevin, Kevin ist irgendwie inaktiv. Streckst du nicht mehr da? Ja, ich telefoniere gerade im Moment. Achso. Lalalalalalalalalalalala. Schön nerven. Ganz gut, weil das... Du, Hamataro, was? Hamtaro kennst du? Hamtaro? Was ist Hamtaro? Was? Hamtaro? Was ist noch mal ein... Was ist Hamtaro? Der Fall, dass ich was kenne, was ich nicht kenne. Glaube ich. Was ist Hamtaro? Euch? Mir geht's überall ganz gut. Ich muss aber leider in halben Stunde aufhören, dass es... Nein! Ich hab keine Energie. Warte, warte. ...Energie. Äh... Ach, Fick doch. All. Le. Ab. Du Hure. Hamtaro? Was ist Hamtaro nochmal? Hamtaro, ich hab... Jetzt weiß ich nicht, was Hamtaro ist. Schon weiß, was es ist, aber ich hab vergessen, was es ist. Schwitzig, ich weiß wirklich nicht, was es ist und du meinst, ich kenne irgendwas. Aber ich muss leider in halben Stunde aufhören mit dem Stream. Äh, da ich halt eben... Zum Grillen geh. Aber ich werde auf jeden Fall Samstag weiter streamen. Und zwar die ganze Nacht das hier. Und Daxus auch und ganz viele andere Displays. Schrägstellig, äh... Ne? Also, Chaipai, wenn du möchtest, also wenn du das hier als Let's Play verfolgen möchtest, kannst du auf meinen Kanal gehen. Da will ich das... Sobald Mario und Luigi Let's Play verändern ist, also in ein... Eine Woche oder ein paar Tagen bei den Armband, werde ich dann das hier hochladen. Das schräg. Äh... Ach, den haben wir doch schon. Oh, ich will... Ich will... Ich brauch mehr Items. Itemleiste. Ach, hier kann ich ja anziehen einfach, aus irgendwelchen Gründen. Hier ist noch ein Ring. Ach, jetzt hab ich... Ein... Ein schmaler... Ja, schmaler Magnetring. Kommt nochmal gut, die Aussprache. Schmaler Magnetring. Ich esse einfach die 4 zunächst, dann hab ich genug. So heißt der Hamster, den ich für vorne... Vorn und Windows, der ist auch animiert. Achso! Ich kenn Hamt... Hamtaro leider dann nicht. Das ist ein Hamster, sieht aus wie eine Maus. Egal. Ich hab's genommen, weil es so süß ist. Ich möchte gerne einen Pichu haben, dass sowas mal... Also das, genau das, aber einen Pichu. Aber... Ich werde... Ich muss mir immer mehr Animes reinziehen, ernsthaft. Aber ich will was testen. Brauche ich das... Das habe ich nicht. Brauche ich das... Diese Cave Carrot irgendwo? Weil dann bin ich die... Nehme ich die nicht. Wenn nicht, dann esse ich die einfach. Ein Quarft... Ja, ich brauche mal. Äh... Dann... Was esse ich nicht aus dem Gegensatz dazu? Dazu... Ich komm nicht weg. Ihr geht weg. Ihr geht weg. Äh... Ich komm nicht weg. Ihr könnt mich alle mal. Ich hab mich alle mal. Meck weg. Alter. Ihr könnt mich alle mal. Geh weg. Ich bin weg. Und tschüss. Eine Truhe. Da sind E-Boots drin. Steal! Small... Small Schwert. Wir haben ein neues Schwert, das einfach verdammt viel wenig Damage macht. Verdammt viel wenig Damage. Das kennst du bestimmt. Ich komm her, du Missgebot von der Hölle, ey. Ich versuche einfach nur so schnell wie möglich runterzukommen. Ey, komm mal runter Junge! Inventory is full. Inventory Vegas is full. Dalaladadadadadadadadadadadaaa naja dann. Wird-Kristalle sind immer gut. Ich kenne leider nicht aus dem Anime, aber ich gucke es dir vielleicht mal an. Weil ich jetzt in letzter Zeit eh Animes mal gucken möchte. Privat, natürlich. Alter, was ein Lack, alter. Ist überhaupt irgend so ein Vieh drin? Nee, ne? Nuh. Hier ist Kohle. Nein, ich kann nicht Kohle. Ach, ficken. Ja, und ich glaube, Scheiper ist weg. Weil er nicht mehr antwortet. Oder doch? Oder nicht? Ich reiche schnirrt. Da, Treppe. Treppe. Oh, da ist ein Thresher-Raum. Ein Dressur-Raum. Bewacht bei einer Fliegen. Fliege. Die Kohle. Die Kohle. Kohle. Die Aktie hat die eigentlich mitnehmen. Verdammt. Bam, 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 bam. Ach, weiß was? Fiel ich zwei Kohle? Ich lasse es einfach. It's getting late. Fuck. Komm, wir müssen eine Treppe noch finden. Eine Treppe. Eine Treppe geht noch. Eine geht noch. Eine geht noch. Runter. Bitte. Gucke, gucke nicht, was ich empfehlen. Das Academical Kill. Okay, ich... Ich will mal sehen. Ich bin eh erstmal noch... Wollte ich noch entweder Pokémon gucken oder von einem anderen für einen guten Freund mal eine Empfehlung entgegennehmen. Da haben wir die Treppe. Tschüss. Tschüss. Ach ja. Aber auf jeden Fall, ich werde das hier viel öfter spielen. Kill, Kill. A- 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 Entschuldigung, ich brauche immer ein bisschen länger für Schreiben, habe eine Leseschreibe... Ach, okay. Ich kenne jetzt zwei Leute, die haben eine Leserechtschreib... Recht... 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 Du... Verstehen? Auf jeden Fall, ja. Ich habe ja auch einen YouTube-Channel, da habe ich jetzt alles... Offenbar, voll viel Eigenwerbung, Alter. Alter, warum kann ich nicht hier... Ah. Ach, so viele... Alter, da hinten auf der Straße sind ja voll viele! Oh, muss ich morgen gucken. Wir gehen jetzt sofort... Oh, wir müssen jetzt sofort pennen gehen. Sonst wären wir ohnmächtig. Und wenn wir ohnmächtig sind, verliebe Geld und Sachen. Level 2, komm mal! New Crafting is... Ja, Elixier. Toll. Kann ich eh nicht machen. Wow. Was hat denn viel Geld? Die... Naja. Radieschen nicht so... Die League... Naja, eigentlich alles in Zusammenhalt recht. Gut. Ja, das ist doch nicht schlecht. Gut. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja, es regnet. Fucking geil. Geil. Woop. Ich glaube, man kann es viel bauen. Nein, hier. Nein, hier. Nein. So. Haben wir das ganze Ding ausgegeben für... Scheiße! Entschuldigung. Ja, ja. Ich hab jetzt grad wieder was falsch gelesen. Sprinkler. Crafting. What is for the intent is every morning? Vier. Also... Wir setzen ihn hier hin. Und dann mach da... Eins, zwei, drei, vier. Oder eins, zwei, drei. Ja, wahrscheinlich so. Ja. Ne, ich warte, bis wir den Quality Sprinkler machen können. Oder ne, welcher ist das denn? Ach, können wir nicht gucken. Reintrittisch könnte ich jetzt einfach mal mehr Samen kaufen und die reinpflanzen. Mit den tausend, die wir jetzt haben. Oder ich guck, dass ich jetzt irgendwie die aufspare für andere Sachen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal angeln. Heute. Oh, nee. Verdammt. Verdammt. Soll ich angeln oder nicht? Hm, ich kann nicht nur angeln sollen. Ich brauch mal kurz Holz. Ich weiß, was ich... Ich brauch eine Kiste für Günther. Äh, für... Fürs gemeine Haus Zeugs. Da kommt dann... Nein, nicht das. Das. Oh, warte mal. Sind die Bohnen schon fällig? Wer sagt, dass die Bohnen fällig sind? Dann kriegen wir was. Die ist auch nicht fällig. Schade. Schade. Construction. Hier brauch... Äh, Hardwood. Dann bringt das eh nichts. Eine Mayonnaise-Maschine. Für Eier. Ach man. Eier. Steady-Wing. Cuts the duration of negative sense effects in HALF. Achso. Komm, ich geh mal angeln. Brauch mal eh. Äh, wo ist die Angel hin? Bambo-Pole. Heute mache ich. Ich nehme erstmal den anderen Shit mit. Und die Bambo-Pole. Bambo-Bambo. Und wenn der Tag zu Ende ist, höre ich mit dem Stream. Muss ich gleich mit dem Stream aufhören. Den dann geht's grillen. Und dann kann ich auch endlich mal mit dem Mofa wieder fahren. Da freu ich mir. Alter, wie viele Bären, Alter. Alter, Alter. Alter, Alter, im Ernst. Alter, Alter. Verwalter. Alter. Alter, ich sollte die eigentlich verkaufen. Alter, guck mal wie viele die hier sind. Da reinkt sind auch noch welche. Alter, was ist das? Die, die sind immer mehr. Alter, was soll das? Alter, Verwalter. Alter, sind da noch mehr. Da sind noch mehr. Äh, angeln. Vorwegen angeln. Wie hohen ist Bären, Alter. Salmonen. Salmonen. Bären sind das. Boah, Alter. Oh, da oben sind auch noch welche. Oh mein Gott. Da unten sind auch noch welche gewesen. Oh, das war's. Ich sehe keine weitere mehr. Oder habe ich welche gesehen? Nee. Nee, habe ich nicht zugedrückt. Oh, Alter. Hui. Oh mein Gott, hier sind auch mehr. Ich dachte, ich wäre nur einer gewesen. Ein Narr. Ein Narr. So, das war's. Ist aber wirklich, oder? Gut. Ich weiß, oben ist noch irgendeiner gewesen. 20 Stück, Alter. Oh, hier ist noch eine Leak. Äh, war ein Horse-Radish. Nee, war doch keine mehr. Doch, hier, die hier, meinte ich. So, ich wollte hier jetzt irgendwo am Fluss angeln. So, dann angeln wir jetzt die letzte Folge. Oder so. Alter, mit der Bambo-Pole ist das so. Äh. Alter, dieser Fisch. Das Angeln-System hat aber nicht so scheiße gemacht, wie man denkt. Oder wie man sagt. Man muss einfach nur im Level steigen. Und Geduld haben. Das braucht man so oder so beim Angeln. Das ist eigentlich das Wichtige, was man dabei lernt. Man braucht Geduld beim Angeln. Also, sehr realistisch gehalten eigentlich. Und man muss sich konzentrieren. Oh, hier haben wir. Ein Schab. Oh, wir haben keinen Platz. Oh, jetzt rieche ich hier wieder Anrufe. Den Gangner Anruf. Und wenn man irgendwie die Person nicht nochmal anruft. Muss ja nicht so wichtig gewesen sein. Ach, du bist auch wieder da? Ja, so halbwegs. Halbwegs. Bin gleich weg, ne? Mhm. Ja. Ja, Scheifei. Guckst du nur zu? Schreibst du auch was? Ich hab nichts dagegen, wenn Leute nur so aus. Dingster, Punkster zugucken. Alter, der Scheißfisch. Boah. Ein noch ein Schab. Yay. Ich will eine neue Angel haben. Yay. Ey, Seealgen. Scheiße. Das Internet. Hä, was? Na, das ist gut. Was für Internet? Äh, ja, Lucy kommt immer auf den Tiers. Internet-Spakt. Was für das, Lucy? Hier hat ihr kein Internet mehr, oder? Scheinlich. Es sind ja einige rausgeflogen, irgendwie kommen wir anscheinend auch noch nicht drauf. Oh, wir haben einen Schatz. Und so weiter und so fort. Ja. Alter, dieses Angeln. Weißseite, wenn ich so geil. Ich nähe nebenbei mein Abi-Kleid, wenn das so okay ist. Bist du ein Mädchen? Alter, ich finde immer Mädchen. Finte, ja. Ich finde immer Mädchen. Ich finde immer Mädchen hier im Stream, ey. Wenn du ein Mädchen bist. Ich kann auch, dass ein Mann mit Kleid geht, ne? Meinen da, ne? Das kann auch ganz okay sein, aber nein. Ein Kollege von mir, der will auf so ein Festival gehen, jetzt im nächsten Juli. Mit einem Blümchen-Kleid. Ist doch cool. Das geht zwei Tage lang. Ist doch geil. Würde ich nicht machen, aber, ja. Yay, ne grüne Alge. Ich hab deine Mutter rausgefischt. Ne. Ähm. So. Die Angel. Ah, fuck. Das Geräusch. Yay, Müll. Wer mag denn nicht Müll in der Angel? Vor allem die Angel hat gar keinen, äh, Haken, wo man irgendwas dran machen kann. Nein, ich trage nur gern Kleidern. Nein, ich bin ein Mädchen. Okay. Ein, ein, ein Ausrufsack Mädchen. Aha. Na gut, Scheifei. Schön, dich hier zu sehen. Kann es sein, dass dein Name an einen Milded Pony Charakter angelehnt ist? Yay, perfekt. Small Moth Bass. Alter, ich hab keinen Platz mehr. Ich, ich hör auch mit dem Angeln. Ich hab keinen Platz mehr. Ich hab auch nicht die gute Leak. Die gute Rocket League. Alter, hier sind noch noch mehr Bären. Holler an die Wald hier, ey. Ich, ich, ich. Ich, ich, ja. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll, ey. Mann, Mann, Mann. Ich werde jetzt alles, was wir hier gedingsst haben, äh, dingsen. Das ist, äh, die Idee darin. Ne, die ganzen Bären und Fische kommen hier rein. Die Leak und Dat kommt da rein. So, die haben wir noch. 10, ja. So, sonst, äh, ja. Es hat sich vor, vor vielen Jahren, jahren, jahren draus entwickelt, aber bei der, bei der achten, bei der sechsten Staffel ausgetreten. Okay. So. Dann, äh, ist das jetzt hier langsam noch das Ende der Aufnahme. Der kleinen Aufnahme, leider. Nächsten Streamen wird das dann eben, ein bisschen größer sein. Äh, ah ja, ich will ja ins Haus rein, wo denn sonst. Okay, die Katze, wo ist die Katze? Jo, die Katze schildt draußen im Regen. Ne Katze. Die Katze schildt draußen im Regen, im Ernst? Ey. Muss ich was reintun? Wasser? Oh, cool. Ja, aber auf jeden Fall, die Katze schildt im Regen. Warum nicht? Tschüss. Können wir das Feuer anmachen? Ja, geil. Können wir den Fernseher anmachen? 6 Channel Weather Report. Wünsche euch schönes Wetter fürs Grillen. Ja. Ah, welcome to Kozo 5, your number one search for weather, news and entertainment. And now the weather's forecast for tomorrow. It's going to rain all day tomorrow. Morgen will es... Lol, die Animation, geil. Äh, Fortun Teller. Welcome back to Warwick's Oracle. If you seek hidden knowledge of the future, you will... Real... Real... Well, you've come to the right place. The spirit feels neutral today. The day is in your hands. Ah, so. Und live in of the land. Land. Welcome to live in of the land. We are back there. There's another tip for you all. Now is enough. A refreshing rain. A farmer's best friend. When it rains, you don't have to water your crops. Use this to your adventures. Wow. Ausrede an den Tag, wo es regnet, sagte, dass es Regen gut ist für den Farmer. Nee. Ich gieße trotzdem die Pflanze nochmal, damit die richtig auswässern, weißt du. So. So. Das war's dann für die Aufnahme mit Steady Valley. Level 1, Fishing, Fishing, what? Proficiency. Voll geil. Englisch. Yo. Als wenn. Die 3 und... Was? Alter. Was? Was? Diese Bären haben so wenig Geld gegeben. Was? Was ist denn, Alter? 5... Alter, ich will mein Geld zurück. Ich will die Bären zurück. Ich will die Bären zurück. Darauf hätte ich eh was machen können. Ich dachte, das wäre hier so 1000 oder so, weil die voll selten sind oder so. Alter, fick doch die Wand an, ey. Fick doch die Hände, ernster. Kauf eine Hände und fick die dann. Mein Gott. Wum, ja. So. Das war's dann mit Steady Valley. Wir exit into the desktop. Wir nehmen.